Samstag 19.25 Uhr, herzlich willkommen zur Ziehung der Lottozahlen, wie immer natürlich live hier aus Saarbrücken. So und er ist wieder nicht geknackt worden, unser Jackpot. Heute warten, gucken Sie mal, rund 24 Millionen Euro. Und das ist heute noch längst nicht alles, denn es gibt noch in anderen Gewinnklassen unheimlich viel zu gewinnen. So, würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Kugeln und Ziehungsgeräte sind natürlich wie immer im Vorfeld ordnungsgemäß überprüft. Wir können loslegen. Ihnen allen an dieser Stelle jetzt viel Glück. So, den letzten großen Jackpot, den gab es Anfang Juli bei uns. Damals waren knapp 34 Millionen Euro drin und den hat tatsächlich ein einziger Spieler aus Berlin abgeräumt, das der wohl jetzt macht. Gucken wir mal, wo das Geld dieses Mal hingeht. Aber vielleicht verlässt es uns ja heute noch nicht. Und wir dürfen es noch ein bisschen behalten. Mal gucken. Hier ist Lottozahl Nummer 1, die 6. Ja, wenn Sie ja heute vielleicht, apropos 6, vielleicht nur 6 Richtige auf Ihrem Schein haben, also nicht die passende Superzahl, dann kann Sie das dennoch zum Millionär machen. Denn in Gewinnklasse 2 warten rund 3 Millionen Euro. Weiter geht's bei uns mit der 2. Ja, glückliche Gewinner gab es somit erst in Gewinnklasse 3, nachdem ja auch in Gewinnklasse 2 niemand gewonnen hat am Mittwoch. Aber diese glücklichen Gewinner, die hatten jeweils 20.000 Euro abgeräumt. 5 Richtige plus Superzahl waren das. Lottozahl Nummer 3, die 28. So, und ebenfalls 3 Millionen Euro, die warten heute bei uns im Spiegel 77. Also auch dort eine Millionenchance. 7 Richtige Endziffern brauchen Sie dafür auf Ihrem Schein. Und dann gehört das Geld Ihnen, wenn Sie allein gewinnen. Zahl Nummer 4, die 26. So, und der höchste Gewinn, nachdem ja Gewinnklasse 1 nicht, Gewinnklasse 2 nicht, Gewinnklasse 3, ja mit 20.000 Euro recht niedrig. 100.000 Euro waren das aus der Zusatzlotterie Super 6. Und ein Sachse, der hatte die 6 Richtigen Endziffern. Die vorletzte Zahl für heute, die 22. So, eine fehlt noch. Dann sind unsere 6 Richtigen für heute komplett. Die 6 kleinen Zahlen. Und die heute tatsächlich Großes bewirken können. Und da ist sie schon die letzte Zahl für heute, die 15. So, das sind sie, die 6 Richtigen am heutigen Samstag. Und wenn Sie die jetzt auf Ihrem Schein schon haben, dann sind es wie gesagt jetzt schon mal 3 Millionen Euro. Vorausgesetzt natürlich, es hat kein weiterer Spieler diese 6 Richtigen. Und dann wollen wir doch mal gucken, ob wir aus diesen 3 Millionen Euro vielleicht auch 24 machen können. Das Achtfache. Ja, ich drücke nochmal ganz fest die Daumen. Viel Glück, hier ist die Ziehung der Superzahl. Insgesamt sind es heute bei uns, ja sage und schreibe, 49 Millionen Euro in der gesamten Ausspielung. Also man merkt, der Jackpot zieht natürlich viele Lottospiele an. Es haben viele mitgespielt. Und wenn Sie jetzt eben die 6 Richtigen hatten, dann brauchen Sie jetzt die Superzahl 5. Dann können Sie jetzt die Korken knallen lassen. Aber nicht so eilig, wir gucken lieber nochmal nach. Hier sind nochmal die Lottozahlen vom heutigen Samstag. 2, 6, 15, 22, 26, 28 und die Superzahl 5. Fehlen noch die Gewinnzahlen der Zusatzlotterien. Die werden ja bereits immer im Vorfeld zur Live-Ziehung ermittelt. Und hier ist schon mal die Gewinnzahl im Spiel. 77, wie gesagt, heute 3 Millionen Euro wert. 8, 6, 6, 0, 7, 4, 9. Und noch die Gewinnzahl der Lotterie Super 6. 8, 5, 6, 2, 4, 4. So, jetzt heißt es natürlich geduldig sein, denn die Quoten, die gibt es erst am Montag. Müssen wir also nochmal einmal, zweimal schlafen. Ja, und dann wissen wir natürlich auch, ob der Jackpot geknackt wurde oder ob er vielleicht noch weiter ansteigt. Dann haben wir natürlich am Mittwoch ein bisschen mehr drin. Und es sei auch noch gesagt, am Mittwoch startet ja auch die Sonderauslosung von Lotto 6 aus 49. Denn Lotto 6 aus 49 wird dieses Jahr ja 60 Jahre. Deswegen auch eine Sonderauslosung, gibt es nochmal 6 Millionen oben drauf. Und noch viele andere Gewinne, gucken Sie doch einfach mal auf Lotto.de. Je nach, dort finden Sie natürlich auch nochmal alle Gewinnzahlen von heute zum Nachlesen. Samstag natürlich auch die der Glücksspirale. So, am Mittwoch 18.25 Uhr begrüße Sie hier an dieser Stelle meine liebe Kollegin Nina Assisi. Bis dahin Ihnen allen noch einen entspannten Samstagabend. Tschüss, machen Sie es gut.